Mit welchem Haus hast du angefangen? Das Bankhofsteuerhaus in der ehemaligen Ritterstraße mit der 5. Ritterstraße. Was mich auch noch interessieren würde, auf diesem Modell, was wir haben, sieht man so ein Geheimnis, was sie lüften würden, wo man sagt, okay, wenn man genau den Job hat, hat sich ein kleiner Fehler angestiegen? Ja, mitunter auch, aber das buche ich dann ab unter Künstlerische Freiheit. Ich setze meine Tür links ein, statt rechts, also das ist schon mal einem Getränke vorgekommen. Aber seit letztem Jahr, denke ich, arbeite ich doch genau nach Vorlage. Wo müsste man denn ganz genau hingucken, um jetzt so einen kleinen Schmunzler zu entdecken auf Ihrem Modell? In welcher Straße müsste man denn gehen? Dann müsste man in der heutige Philipp-Müller-Straße gehen und die Stadtschenkel. Ich habe mir erlaubt, die Tür, die Eingangstür, rechts einzusetzen. Im Original ist sie natürlich links, aber wie gesagt, künstlerische Freiheit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020